5 Finanzbücher, die jeder gelesen haben sollte Reich werden an der Börse, Scheißtitel, Top Buch, zum Thema Diversifikation, Börsenmythen aufgeklärt, Aktienbewertung und vieles vieles mehr One Up on Wall Street von Peter Lynch, der absolute Klassiker, wie man einzelne Aktien bewertet, die unterschiedlichen Kategorien von Aktien mit vielen Praxisbeispielen Bargeld statt Buchgewinn, vor allem zum Thema Hochdividendenwerte aus Amerika, aber auch aus Kanada und wie dort die Rentner ihr passives Einkommen massiv ausbauen Steuern, Steuern, auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch, wie man seine Steuern optimiert, auch als Unternehmer, sehr 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 interessant Das ETF Portfolio, wie man sich ein solides, passives Investmentportfolio aus ETFs aufbaut und vieles mehr Check it out!